Für dies, was früher war, es hat keinen Sinn, dies ist klar. Es wird niemals anders sein, das kannst du ihm nie verzeihen. Er ist ein Arschloch und er wird uns bleiben. Er will, dass du ihm durst verzeihen. Aber nein, nein, aber nein, aber nein, aber nein. Bleib jetzt hart und werd nicht schwach. Dies war eine viel zu harte Sache. Dies hätte er niemals machen dürfen. Normalerweise muss er ihm da schießen. Er ist ein Arschloch und er wird uns bleiben. Er will, dass du ihm durst verzeihen. Aber nein, aber nein, aber nein, aber nein. Aber nein, aber nein, aber nein. Er ist ein Arschloch und er wird uns bleiben. Er will, dass du ihm durst verzeihen. Aber nein, aber nein, aber nein. Aber nein, aber nein, aber nein. Was sagst du dann? Aber nein, so ein Arschloch, das kennt auch jeder. Jawohl. Eine früher und ein anderer später. Nur bist du dir selber gewiss, dass nicht du, oder du, oder ich, oder jeder ein Arschloch ist. Er ist ein Arschloch und er wird uns bleiben. Er will, dass du ihm durst verzeihen. Aber nein, aber nein. Aber nein, aber nein. Aber nein, aber nein. Aber nein, aber nein. Aber nein, nie. barbarte. member